Und das wilde Dschungeltier heisst Hugo. Und das ist ein ganz wildes Dschungeltier mit Namen Hugo. Und das ist Hugo. Was ist das ein? Ein Marie-Käber. Ein Marie-Käber, genau. Jetzt dürfte er dreimal raten, wie alt könnte der Hugo sein? Genau, das kann man nämlich zählen. Eins, zwei, drei, vier. Aber der Hugo, der war noch gar nicht in der Schule. Der konnte noch gar nicht zählen. Und wenn jemand gesagt hat, Hugo, wie alt bist du? Hat er immer gesagt, ich bin? Vier. Nein, haben die Leute gesagt, Hugo, du bist? Vier. Und er hat gesagt, ich bin? Zwei. Und in Wirklichkeit war er? Vier. Und zwei Jahre später haben die Leute wieder gesagt, Hugo, wie alt bist du? Da hat er gesagt, ich bin? Vier. Drei, drei, vier, fünf. Meint ihr, wir können den einen Punkt da wieder dran zaubern? Ja. Machen wir alle zusammen, ne? Greift ihr alle mal in die Luft. Jeder nimmt sich einen unsichtbaren Punkt, den werft er genau hier dazwischen. Also nicht hier an die Tonke. Und zwar jetzt ist er angekommen. Nein. Habt ihr was falsch gemacht? Macht doch mal. Gehen die Luft. Und jetzt ist er angekommen. Nein. Verstehe ich gar nicht. Nein. Das sind mindestens elf und zwanzig Punkte. Und dann kam der Hugo in die Schule. Und ich sage euch was, dann wurde er ja so schlau. Da wurden auf einmal alle Punkte Silber. Ja, und wenn ihr mal einen Marienkäfer seht mit Silbern im Pumpen, dann wisst ihr genau, das war unser Hugo. Was machen wir noch bei der Hugo? Was machen wir noch bei der Hugo?